ja gewiss dies sind böse we serve the empire so noch mehr nahrung chaos magie ist unsere zukunft die elfen sind auf jeden fall hier draußen in großer zahl und böse die goblin sind aus dem land der elf nicht was hat sie zu tode erschreckt ok aber nächster level ab wieder magische kräfte und wieder die beiden und dann nehmen wir den zauber hier und das ist ein briganten lager ok wir kriegen zum glück hilfe von den soldaten hier herr holm So, jetzt töten wir erst mal den vagabunden Magier. So, der wäre jetzt ziemlich schnell zum Glück. Oh, Gold. Gold und Erfahrungspunkte, das ist immer gut. So, jetzt haben wir eigentlich keine andere Wahl, als unsere Truppen mal nachzufüllen. So. Ja, also wir merken mal wieder, wir sind ganz am Anfang der Geschichte. Wir müssen mit unserem Gold und unseren Truppen gut aufpassen. Wirklich nur Kämpfe, die wir auch gewinnen können. Go where? Uh-huh. Huh? Well, we don't know. We serve the Empire. Ernsthaft? Nicht umkreisen lassen, umkreisen lassen, nicht gut. Well, we don't know. Könnt ihr dir bitte auf die schießen? Well, we don't know. Yes. On your command? Huh? Yes. This watchtower is provided for. Let's move on. Let's go. Ja, jetzt finden wir erstmal raus, was für Probleme die Goblins hier haben. Hier hinten ist eine Ogre-Hütte und das war's dann so im Großen und Ganzen. Ja. Oh, Orks. Orks attack the Goblins. I've got to rescue the Miners. Mhm. Auch noch Orks mit nem... Ogre. Ogre. Es. Of course. Uh-oh. Das finde ich nicht gut. Ich habe wieder nicht gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Nein, ich habe nicht gespeichert. Wer hat sich das ausgedacht? Ganz ehrlich, wer hat sich das nur ausgedacht? Ich habe vergessen zu speichern. Also dürfen wir nochmal alles machen. Ich muss nur dieses Mal gucken, dass ich mich von der Bobne Mine fernhalte. Ja. 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 Gut. Das ist wahrscheinlich umsonst die letzte und schwierigste Kampagne dann. Ja. Ja. Wobei ich eigentlich schon die mit C ziemlich schwierig fand. Ja. 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 ein paar Tiefpunktstellen, aber nicht so schlimm wie bei C zum Beispiel. Oder hier jetzt. Gut. Das einzig Schlimme beim Orkanat war der Gamebreaker-Bug, dass die Quest... Also die Tombau-Quest einfach so mal... Well, we don't know. Uh-huh. Well, we don't know. That's all. You're a dead man. Catch this. Yes, sir. Let's go. On your command. Kill whom? We serve the Empire. Catch this. Go where? We serve the Empire. Catch this. No. Kill whom? Good. Uh-huh. We're almost there. Hmm. Oh, thank you, sir. We're almost there. Happy to serve? Uh-huh. Well, we don't know. Huh? Happy to serve to the attack! Kill whom? Chaos, Schild, Rüstung und Widerstand. Ja. Das ist immer gut, wenn ich das aktiv hab auf meine Schwertkämpfer. Yes. We serve the Empire. Good. Hm? Catch this! Welche Taste ist denn das nochmal? VASD, Tagebuch. Angreifen. Au- Aufzuhören. K. In den Angriff einzugreifen. Oh, und jetzt haben wir doch einen Schwertkämpfer verloren. We're almost there. Sag mal, sind die neutral? Ja, die sind neutral. Oh. Uh-huh. Hm. We serve the Empire. We're almost there. I've come to serve. Yeah. Yes? We run. So. And so. Yes? Let's go?